Das Gute allerdings ist, es ist kein Zombie-Ezieherterhund. Du willst mich verarschen. Wie gesagt, wie viel wollen sie haben? Nein, bleib bitte im Dings gefangen. Es tut mir leid Doko, aber du bist ein böser Doko. Ich muss dich wegmachen. Ich lasse hier noch irgendwo ein Enterman. So, das haben wir erstmal wieder schön abgewickelt. Ach, nein, 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 warum? Ich lasse hier noch rum. Ich bin jetzt ehrlich, ich baue jetzt überall. Wenn ich eine Möglichkeit habe, baue ich mein Bett hin. Ist mir alles egal. Nur damit ich speichern kann. Ist mir alles egal. Da kommt einfach. Nee, geh weg. Hau ab. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Wie viel Beleuchtung brauche ich denn, damit das hier komplett abgesaved ist? Ich meine, wir haben jetzt den Creeper am Hals. Das ist schlecht. So, wir haben ja noch Ofenkartoffeln. Und wir haben noch einen goldenen Apfel. Oh, Mensch, das ist ja nice. Wir sind safe. So, reinpfeifen. Wunderbar. Kurz gebufft. Äh, gebufft. So, wie viel brauche ich, um das Ding komplett abzusafen? Das ist ja jetzt ganz wichtig. Vielen Dank. Okay, hier ist nichts mehr. Gut, hier ist nichts. Da können wir runter oder auch nicht. Zumindest nicht gerne runter. Ja, ich weiß. Da kommt vielleicht Zombieman und will mich backen. Okay. Ist das eine gute Spinne? Sind das Kackspinnen? Das sind Kackspinnen. Ich kann nicht mehr. Das ist doch nur noch ein Witz. Wir sind im Kreis gelaufen. Ach, guck mal, jetzt sind wir wieder hier. Mensch, geil. Kennen wir doch. Mann, Mann, Mann. So, okay, wir gehen jetzt hier runter. Straight. Nichts. Schade. Okay. Dann werden wir wohl oder übel doch mal anfangen uns hochzubauen. Ich meine, wir haben ja jetzt ein bisschen Zeug übrig. Ich gucke, was ist, wenn ich jetzt hier lang gehe? Im Hintergrund hört man schön die Lavafliesen und die ganzen Zombies, die uns da ins Leder wollen. Wie gesagt, wir können jetzt einfach hier eine Treppe hochbauen. In der Hoffnung, irgendwo rauszukommen. Und da oben sehe ich Namen. Ich muss zugeben, die Aufnahme läuft nicht gerade wie geplant. Ich dachte nicht, dass wir so lange hier drin bleiben bzw. dass wir so oft dabei sterben. Das ist schade. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das so problematisch wird. Haben wir noch Platz im Rucksack? So. 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 tief wir genau unten sind so haben wir überhaupt noch ja unsere sechs diamanten haben wir noch gut ich dachte jetzt gerade wir haben keine diamanten mehr oh mein gott habe ich die schaufel nicht mitgenommen oh mein gott es ist mein gott ist mir das licht ja ich sehe das nicht und alle stürzt ab oh mein gott wir haben es macht kein jetzt hängt ich nicht auf ja wir sind da wir sind wieder frei in der freiheit ist die freiheit voll grenzenlos sein okay wir haben es überlebt und ich würde sagen ich mache hier ganz kurz break weil anscheinend ob es gerade ein bisschen rumzieht weil ich schon sehr lange aufnehme deswegen muss ich kurz pausieren um die aufnahme zu sichern und ja ich bin gleich wieder da so und da bin ich auch wieder zurück und weiter geht's wir haben es endlich geschafft aus dem schrecken rauszukommen weiß ich gerade gar nicht mehr wo der weg gewesen ist ist egal wir haben es geschafft wir haben es überlebt und was wir jetzt natürlich machen müssen ist einen weg nach hause zu finden ich hoffe wir schaffen das das würde ich zumindest in dieser aufnahme noch hinbekommen ich weiß nicht wann hier schon mal hier gibt es ein grab kann man natürlich plündern bringt uns nichts gut also wie der unterschied herrlich einfach nur schön wieder draußen zu sein an der schönen luft muss man schön die kartoffeln ernten hier zack 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 braucht eh keiner das erste was man macht gleich mal rüben alles ernten perfekt oh 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 okay nicht gut grüne grüne kartoffeln eine gift kartoffel ist glaube ich gut für tränke die werden wir auf jeden fall behalten servus aber wo sind wir cool jetzt jetzt leckt gerade ein bisschen alles rum ne lecki lecki schmecki 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 so das kann weg wow okay gut man merkt genau was jetzt wieder abgeht ne wir sind kaum sind wir wieder oben an der oberfläche schon zickt alles rum ich hoffe es läuft jetzt ordentlich hallo jetzt nicht abstürzen spiel bitte bitte spiel bleibt locker bleibt geschmeidig ich hoffe es läuft jetzt wieder oben an der oberfläche schon zack 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 您 freueip ak ebenso ihr okay ja leider So, da sind wir wie... Wow. Hat sie einfach mal den Nachtwechsel aktiviert. Okay, cool. Einfach mal... Ach, jetzt. Na komm. Zack, 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 zack. Sehr gut. Okay, das lädt hier alles ziemlich stark. Warum es jetzt gerade Nacht geworden ist, finde ich auch faszinierend. Aber okay, gut. Hallo, hast du irgendwas für mich? Oh. Ruhes Fleisch und von dir kriegst du ein Smaracte, okay. Gift Regen ist angebrochen, okay. Grüße. Hallo, seid ihr irgendwie... Habt ihr irgendwas Besonderes? Ruhes Fleisch, Kohle, ja hier, bitteschön. Äh, warte, hab ich noch was? Ja, hab ich noch. So. Äh, hier. So. Passt? Passt. Gut. Hast du Upgrade? Nein. Fleisch, Fleisch. Kohle, Fleisch. So, wir haben ja noch Kohleblöcke hier. Weißt du was? Was soll's? So. Wo bist du? Mann, jetzt lass mich doch... Ah, ja, ja, ja. So. Da ist er. Da. Hier, nimm. Dankeschön. Geht das auch? Geht das auch? Ne, schade. Also, der will wirklich nur die losen Dinger haben. Okay. Er kommt hier. Oh, er will nicht mehr. Ah. Wir haben ihn, wir haben ihn kaputt gelootet. Wir haben ihn kaputt gelootet. Er entwickelt sich anscheinend. Irgendwas passiert jetzt mit ihm. Er bufft sich jetzt. Können wir jetzt nochmal nach... Können wir jetzt nochmal neu kaufen? Ja, wir können ihn wieder kaufen. Geil. Aber jetzt ist er wieder kaputt. Jetzt haben wir ihn wieder kaputt gemacht. Okay. Jetzt ist er pissy. Okay. Ähm. Gut, ich glaube, er ist fertig, ne? Er ist fertig mit der Welt. Er hat keinen Bock mehr. Oh. Klopf, klopf. Genau so. Klopf, klopf. Hallo. Haben Sie irgendwas für mich? Wir wollen beide Fell haben. Fell kann ich euch nicht bieten. Tut mir leid. Fell ist ausverkauft. Okay, das sind mir zu viele. Ich will doch nur nach Hause. Alter. Creeper ist die Hölle. Wie gesagt, Creeper und Skeletten sind die Hölle. Creeper nur die Hälfte von der Hölle, weil sie ja immer explodieren und gut ist. Aber der Schaden, den die halt machen. Grüße. Hast du was für Kot? Kann ich irgendwo meine Kohle loswerden? Ich muss Kohle loswerden. Hallo. Ich brauche Smaragde. Einfach nur, weil ich es kann. Ah. Na, alles gut? Alles fit bei Ihnen? Geht Ihnen gut? Haben Sie Spaß? Haben Sie Spaß? Komm, wir probieren mal eine Süßkartoffel. Mal jucken. Ja, gut. Bringt jetzt nicht so viel Pepp rein, wie ich mir das dachte, aber... Es ist... Ja. Tschüss. Panik, Panik, Panik. Okay, hier waren wir schon. Äh, weg damit. Äh, das brauchen wir nicht. Ähm, ähm, ähm. Spinnennetz. Was kann man mit Spinnennetz machen? Na komm. Och, bitte. Och, Mann, ist das schön. Spinnenspawner. Spinnenspawner. Oh, cool. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechse. Plus das, dann können wir uns einen Spawner machen. Gravestone Mod Extended. Okay, müssen wir, müssen wir probieren. Das sieht geil aus. Eine Cinomorph, aber können wir nicht machen. Okay, merken wir uns, dass wir das vielleicht machen können. So, wo sind wir? Wir sind hier. Ja, wir müssen, wo ist unsere Heimat? Da ist sie nicht. Wir sind irgendwo am A der Welt, am A der Welt. Müssen wir hoch oder runter? Das ist die Frage. Da müssen wir hin. Wir müssen nach oben. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das finde ich gut. Genau, da lang. Shane. Ich hoffe, es ist der richtige Weg. Nicht durch mich jetzt... Jetzt weiß ich wieder, was mir in der Höhle nicht gefehlt hat. Die Ruhe. Die friedliche Ruhe. Auch wenn wir hier und da Spinnen hatten. Aber trotzdem. Und, dass es so rumleckt. Das ist auch nicht schön. Oh Gott, es tut mir leid. Wir sind wieder in der Natur. Man merkt, die Natur ist wieder da. Oh Gott, es tut mir leid. Ach Mann, ist das traurig, traurig, traurig. Aber war problem, problem. Ja, und da bin ich auch wieder zurück. Und bevor ihr euch jetzt wundert, was war denn bitteschön in der letzten Runde los. Ja, ihr habt gesehen, wir sind aus der Höhle entkommen. Haben uns in dem Dorf, ich hoffe, wir haben es noch gesehen, haben uns in dem Dorf ein wenig umgeguckt. Haben hier und da einige Ressourcen mitgenommen. Und dann ist mir, für die, die sich wundern, wo es so hängen geblieben ist, ja, ich habe Windows, also Rechner abgeschmiert. Blue Screen Incoming. Geile Sache. Und ich hoffe mal, dass die Aufnahme bis dahin noch relativ gut enthalten bleibt. Weil OPS und Co. Wie gesagt, es ist halt mit dem Trin abgeschmiert. Deswegen tut es mir leid. Ich hoffe, jetzt funktioniert alles. Ich habe noch mal ein bisschen an der Grafik rumgebastelt, damit es nicht so überlastet ist, wie es eben gewesen ist. Deswegen hoffe ich, dass jetzt alles etwas besser läuft. Und ja, wir sind immer noch auf dem Weg nach Hause. Und es tut mir wirklich leid, dass das so, ja, abgeschmiert ist. Es ist wirklich, ich finde es nicht gut. Mein Rechner ist zurzeit sehr extrem am Abschmieren. Ich hoffe trotzdem, dass ich weiterhin aufnehmen kann oder überhaupt Videos machen kann. Weil in neun Tagen, also jetzt, wo ich das quasi aufnehme, sind es noch neun Tage, bis ein Spiel rauskommt, auf das ich mich schon sehr, sehr freue. Ein Großprojekt, was ich auch schon sehr oft angekündigt habe, beziehungsweise wer die Liste gelesen hat, weiß, was ich meine. Ich sage mal so, heute ist der zehnte, neunte, wo ich das quasi aufnehme. Wann die Folge rauskommt, wird glaube ich erst mit Glück nächstes Jahr erst sein, irgendwann 24, je nachdem. Mal gucken. Aber ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass alles bis dahin weiterläuft. Und die Sache ist die, wir hatten ja die erste Runde, war ja fast, also für mich jetzt knapp zwei Stunden. Ich habe den Fehler gemacht, ich habe nicht das Spiel und co. beendet, sondern ich habe gedacht, okay, du machst kurz Pause, beendest OPS, startest OPS neu, lässt die Aufnahme wieder anfangen und so. Und dann haben halt diese ganzen Probleme mit hängenbleiben und eben abgeschmiert. Ich hoffe trotzdem, die Aufnahme ist noch da, auch wenn es vielleicht nur die Tonspur sein wird, sprich, ihr werdet dann erst mal Schwarzbild haben. Ich werde einfach einen Hotten Cut machen, weil es ist Katastrophe gewesen. Jetzt bin ich froh, dass es gerade wieder läuft. Und wir müssen natürlich immer noch einen Weg nach Hause finden. Und wir laufen komplett falsch, weil wir müssen da lang. Genau, wir wollen wieder nach Hause, um erstmal ein bisschen Zeug abzutragen. Ich bin ja froh, wir haben ja jetzt hier einen vollen Rucksack, haben sogar noch Grabstein bekommen, sehr schön. Und ja, das ist so der Stand der Dinge. Falls ihr die Folge nicht gesehen habt, beziehungsweise das Material verschollen ist, wenn es wurde ja auf einmal von hell zu dunkel und da hat sich das dann alles komplett aufgehangen. Und da war auf einmal Nacht gewesen. Da war auf einmal Nacht gewesen und da sagst du so, Mensch, das ging ja schnell. Oberst, Conor, nee, Conor. B.P. Conor, okay. Ich bin so froh, wenn wir wieder zu Hause sind. Also, ohne Witz, es war ein schönes Abenteuer. Wir haben die Mine halbwegs gut überlebt, wenn auch nicht wirklich gut. Ihr wisst selber, ihr habt es gesehen, ihr habt das Leid miterleben können. Die Qualen. Aber ja, ich bin zumindest froh, dass wir die wichtigsten Dinge retten konnten. Sprich, die Diamanten, die ganzen. wir haben unsere ganzen Stacks an Kohle, Nein, 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 wir gehen da jetzt nicht hin. Wir gehen später hin. Wir gehen da später hin, jetzt noch nicht. Ach ja, und wir haben sehr viele Smaragde gesammelt, falls, wie gesagt, die Aufnahme verschollen ist. Wir haben Smaragde gesammelt, sprich, wir haben unsere, fast unser ganzes, unsere ganzen Stacks an Kohle haben wir bei den Bauern da abgegeben, also bei den Einwohnern, Dorfbewohnern, haben wir abgegeben und ja, genau, das hatten wir auch gebaut, genau, unser Raketensilo, genau, geil, endlich wieder zu Hause, alter Finne, ist das lange her. Ich bin so happy, ich bin so happy, wir sind wieder zu Hause, guck mal hier, jetzt haben wir einen kleinen Ender der Leuchte, einen kleinen Creeper der Leuchte, großer Creeper, ach man, bin ich glücklich, dass wir wieder da sind, hallo, 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 können wir gleich mal was in den Ofen werfen, Karotten, nö, das nö, hier, zack, ab fort, oh mein Gott, wir haben so viel Stuff, also wir haben sehr viel, sehr, sehr viel katastrophalen Stuff, aber okay, wir gehen erstmal runter, die Larven haben wir auch, schön, ich bin froh, dass jetzt gerade alles läuft, wie es laufen soll, also es kann sein, dass ich vielleicht hier und da mal Pause mache, sobald ich merke, oh, jetzt fängt es wieder an zu lecken, da mache ich kurz Break, nicht wundern, und dann geht es dann immer gleich weiter, je nachdem, okay, wenn wir gucken, was sich hier unten getan hat, in unserem Garten, ich hoffe nicht so viel, ich hoffe hier ist kein Creeper oder so, der uns jetzt an den Hintern packen will, hallo, hallo, grüße, hallo, hallo, niemand da, sehr schön, gut, ja, wir haben zu viel Stuff, wir haben Energie, wir haben Eisen, Dings haben wir, wir haben nichts, gut, das können wir reinpacken, dann läuft das hier wieder, das braucht man nicht, das kann weiter laufen, das ist schön, das wird jetzt aufgepusht, das ist hervorragend, Sortierung, okay, Gold, haben wir irgendwo Gold Stacks, haben wir irgendwas, irgendwo, irgendwas Gutes, irgendwas Schlechtes, I don't know, äh, okay, okay, Haufen Seeds haben wir hier, hier haben wir nur ein bisschen Mischmasch, Stuff, hier haben wir Schaltkreis Fabrikator, okay, was wird das noch mal, achso, das war für, genau, den können wir jetzt zum Beispiel auch nutzen, da wir Diamanten haben, aber, wie gesagt, die Diamanten werde ich jetzt nicht dafür nehmen, denn, das wichtigste, vornherein ist natürlich erst mal, ähm, ähm, sechs Stück, das ist geil, äh, nein, wir machen das so, dann machen wir das so, zack, 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 nein, ne, quatsch, warte, äh, so, so, perfekt, dann machen wir, zack, 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 wunderbar, so, das kann weg, das kann weg, okay, super, so, jetzt haben wir, ne, stacky, stick, stick, äh, das nehmen wir mit, im Schrank haben wir, genau, wir hatten ja auch in den letzten Folgen ein bisschen Alienzeug, stuff zusammengecraftet, wie zum Beispiel Munition, äh, hier zum Beispiel, irgend so einen Ammo- oder Energiestand, ich weiß es gerade gar nicht mehr, ja, irgend so ein komisches Wattgerät, keine Ahnung, müssen wir noch mal reingucken, wenn man da am besten, äh, rumkommen, hier haben wir noch genug Stuff, also wir haben auf jeden Fall, essensmäßig sind wir, ne, ihr seht schon, sehr, äh, bedacht, vorgegangen, so, Amboss hatten wir nicht mehr, genau, den, oh, Amboss, hatten wir noch einen Amboss, der Rabiator, genau, wir haben ja noch eine Setwaffe, wo ich auch gerne eine Möglichkeit hätte, da, äh, irgendwie einen Energieboost zu bekommen, da, guck mal, ich habe noch Fleisch, lecker Fleisch, so, Goldrüstung, hier haben wir noch was zu snacken, und wir haben noch die verfluchte Rüstung, was ist das? Schutz 3, Schutz 3 können wir nehmen, nehme ich gerne mit, ähm, okay, rüstungsmäßig, im Porn Aquatoruhr haben wir noch, das ist schön, äh, zack, 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 also ich kann jetzt quasi erstmal alles reinpacken, ne, also, ich muss jetzt nicht unbedingt sortieren, das ist mir jetzt im Endeffekt auch, boogie, roogie boogie, zocky, so, zack, 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 zumindest erstmal den ganzen Schruz hier rausbekommen, und irgendwo reinpacken, wo noch Platz ist, wenn überhaupt, so, okay, wunderbar, zack, zack, so, wir haben am Boss, hatten wir den? Stimmt, wir haben den neu gecraftet, alles klar, ja doch, doch, stimmt, wir hatten den neu gecraftet, weil wir ja nichts mehr hatten, um ihn zu nutzen, zu reparieren und co. Gut, äh, Fluch der Bindung, das brauchen wir nicht, den ganzen Schruz, stimmt, wir haben hier noch eine Waffe, die können wir erstmal wegpacken, da weiß ich nicht, ob ich dafür Munition habe, habe ich dafür Munition, ich glaube nicht, ne, wenn es halt schade, dass das jetzt hier nicht angezeigt wird, ah, na gut, wir lassen die erstmal hier drinnen, sieht aber auch schick aus, ne, also guck mal, du öffnest den ja, so, zack, wenn die Waffen alles sichtbar, nö, so, essen, 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 okay, äh, Weizen da rein, so, das gleiche jetzt noch mal, zack, 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 wunderbar, so, okay, das passt alles, äh, das nicht, haben wir noch Nahrung, ja, so, Kartoffeln haben wir noch mehr als genug, rote Beete, Samen, die kommen natürlich zu den Samen, irgendwann brauchen wir die Samen alle nicht mehr, weil wir ja, äh, ne, mit Rechtsklick können wir ja das Zeug, einfach so, blub, blub, abbauen, ne, da brauchen wir dann irgendwann keine Samen mehr, da können wir das dann theoretisch auch alles entzogen, weil wir es eben nicht mehr brauchen, ne, weil ich will jetzt kein drei Meter langes Gärtchen haben, weil wir haben ja alles, also ist jetzt nichts, wo ich sage, hm, da könnte ich vielleicht noch oder da, mal gucken, hab ich hier irgendwas, Schärfe, Schärfe, das geht nicht mehr, okay, Effizienz, Effizienz, okay, gut, das hat ja auch mit den Leveln zu tun, Curryblatt, konnte ich das so snacken, ne, glaube ich nicht, äh, genau, zack, 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 erstmal wieder alles reinpacken, was, was geht, weißt du, scheiß drauf, so, zack, okay, das passt, das passt, zack, 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 so, ähm, ach so, das war falsch, das muss natürlich dann nicht unbedingt mit rein, zu den Snackity Snacks, noch ein Komma drin lassen für Fleischbrühe, gucken wir hier rein, so, zack, 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 Curryblatt nehmen wir, kommt da rein, weil Futter, ähm, Ofen, Bogen, Bogen, Ofenblatt da, okay, gut, ähm, wir haben Energie, das läuft durch, das ist perfekt, wir haben acht, so, das kann man rausnehmen, weil das ist schon beladen, das kommt da hin, okay, wir haben einen, einen Diamanten, wir haben einen Diamanten, also Steinziegel, wo können wir den am besten, komm, wir packen den einfach hier rein, so, okay, Schutzhammer, Rüstung müsste noch gut sein, oh, wir haben keinen Helm, wir haben noch irgendwo einen Helm, ich könnte schwören, ich hätte noch irgendwo einen Helm gehabt, da zum Beispiel, haben wir noch einen guten Helm, gut, wir nehmen erstmal den Eisenhelm, was soll's, was soll's, gut, das sieht gut aus, das sieht gut aus, okay, gut, da haben wir alles, wir haben es, wir haben unser Schwert, was wir jetzt machen werden, ich möchte probieren, ich hoffe, es läuft, oh nein, bitte nicht, hab ich das schon, oh, wir haben was Neues, TNT Lore, cool, wie heißt denn das, Bücher hier, Buch, Buch, na, wo man Bücher quasi hinbauen kann, du haste hinbauen, wenn wir sie, wo man miljön machen kann, und dann, also Esper Canal, dann, dann, the Constra., Untertitelung des ZDF, 2020